Seid herzlichs gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern zu Watch Dogs. Vers 13, Akt 1, 9 von 9, müsste jetzt die letzte Mission im Akt 1 sein, in Schale geworfen, zweiter Teil. Ich habe mich in Schale geworfen und, keine Ahnung, muss irgendeinen befreien oder erreichen, bevor sie den töten. Aha, huch, der hängt da drin, oder wie? Und was mache ich jetzt da? Da hängt der drin, oder? Und was mache ich jetzt? Hecken, Botte. Alle Säcken, erreichen, jetzt muss ich das erreichen, ich muss das erreichen, ah, ich muss das erreichen. Warte, da ist eine Waffe drin, oder wie? Warte, ist da eine Waffe drin? Ah, warte, nee, komm. Äh, nimm das. Waffe freigeschaltet. Und jetzt muss ich die alle umhauen. Eindringen. Nee, waren wir schon. Und jetzt muss ich die alle umhauen, oder? Oder? Schöne ich das richtig? Da ist ja schnell noch Medizin nehmen. Muss ich da rein? Da muss ich rein und alle umhauen. Ah, und alle umhauen. Ah, nicht den Zielperson. Na gut, dann mal, los. Ah, ich bin schon wieder tot. Komm. Äh, huch. Jetzt komm, ja. Äh, entschuldige, ich sag mal weniger. Ich sag mal weniger. Ah, nee, kommt keine Verstärkung. Ach, ich bin tot. Haben wir jetzt alle? Den muss ich noch umhauen, komm. Hopplau. Jetzt aber. Ah, haben wir nicht. Nee, jetzt kommt der Big Boss. Oh, nee. Rollout. Der aus Fallout. Nee. Schalten Sie den Gruppenwärter aus. Wie mache ich denn das? Aufpassen! Der ist aus Fallout, komm. Wie schalte ich denn den aus? Ah, komm. Ich schalte sie den Gruppen. Wie schalte ich denn den? Sprengen, warte. Bang. Jetzt ist er angebrütet, oder? Nee. Sie schalten ihn aus. Ah. Komm. Ah, ich brauche eine stärkere Waffe, oder was? Ach, komm. Brauche ich keine. Warte. Jetzt haben wir eine Waffe. Ah, der schießt. Wo schießt denn der hin? Leck mich, er hat alle erblich. Mann, nee. Ah, ich bin tot. Tot, 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 tot. Ich brauche, was soll ihn da ausschalten? Kommt der wieder? Ah, okay. Sieg. Deckung. Deckung. Wie soll ich gehen? Kollegen. Jetzt haben wir. Vollstreckt. Okay. Jetzt kommen die anderen. Nee. Jetzt mache ich nochmal. Jetzt kommen die anderen. Oh, nee. Schalten Sie die Korrupten. Und das mache ich nicht mehr. Jetzt brauche ich eine neue Waffe. Komm. Ja, dich auch noch. Entschuldige, ich sage mal weniger. Haben wir es jetzt, oder wie? Konfrontieren Sie den. Wo ist denn der? Bitte. Entriegeln. Jetzt auch. Oh, nee. Jetzt ist aber Ende, oder? Wenn es jetzt nicht Ende ist. Hilfe. Irgendjemand. Oh, oh, oh. Du bist hier? Wie bist du reingefroren? Okay. Es war eigentlich ganz einfach. Der hat Drüffeln gesucht. Schau mal. Sehr prima. Wir machen es einem echt leicht. Gut. Kennen wir uns? Mhm. Was? Kennen wir uns? Kennedy? John F. Kennedy. Ich habe dich nie gesehen, Mann. Mhm. Also du... Ah, sehr gut. Äh, tschuldige. Ich schaue gar die E-Mails. Äh, haben wir es jetzt. Wir haben den Kontakt verloren. Okay. Bin dran. Hoch. Jetzt willst du schnell wieder raus. Genau, jetzt muss ich... Oh, scheiße. Jetzt muss ich entkommen. Entschuldige. Äh. Was muss ich jetzt machen? Äh. Benutzen. Muss ich jetzt noch mal benutzen? Ja, benutzt es mal. Oh, weia. Ach so. And now. Äh. Das Spiel makes me ready. Äh, oh. Jetzt schützt es ab. Oh, ne. Aber jetzt haben wir... Äh. Hab ich's... Hab... Ah, hab ich's gesagt. Hab ich's sagt.